Dieter Bohlen lüftet das Supertalent-Geheimnis In der vergangenen Woche ist die neue Staffel von Das Supertalent bei RTL mit sensationellen Quoten gestartet. Dieter Bohlen hat nun enthüllt, weshalb die Show so erfolgreich ist. Casting-Shows werden kaum noch geschaut, ein Mythos, der sich lange hält. Dass das aber auf keinen Fall zutrifft, zeigen die Quoten von Das Supertalent, die erste Folge startete mit mehr als 20% Marktanteil in der Zielgruppe. Ein Mega-Erfolg! Solche Quoten erreichen kaum noch Shows in der Prime-Time, aber woran liegt das eigentlich? Superquoten dank Instagram? Dieter Bohlen hatte auf seinem Instagram-Account zuvor die Werbetrommel gerührt, das könnte ein Grund sein. Ich habe mich über die Quoten wahnsinnig gefreut. Ich glaube auch, dass da Instagram etwas geholfen hat. Ich habe ja viel Werbung für die Show gemacht und fand die Sendung toll, sagt Dieter Bohlen zu InTouchOnline. Es gibt schon lange das Gerücht, dass die Juroren die Kandidaten zuvor schon kennen. Dieter Bohlen stellt klar, dass das absolut nicht der Fall ist. Ich werde immer gefragt, ob wir Juroren die Leute vorher kennen, die dort auftreten. Bei Das Supertalent ist jedoch alles spontan. Ich habe noch nie einen Künstler vor der Show gesehen, sagt der Chef-Juror. RTL zeigt Das Supertalent immer samstags um 20.15 Uhr. RTL zeigt Das Supertalent immer samstags um 20.15 Uhr. RTL zeigt Das Sethickel. RTL zeigt Das Supertalent immer samstags um 20.15 Uhr. RTL zeigt das Sethickel. Stolz zeigt das Sethickel. Allstorz zeigt das Sethickel. Manfred hat das Sethickel. RTL zeigt das Sethickel. Bis zum nächsten Mal.